Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde, äh, wer ist das gleich? The Legend of Heroes Trails in the Sky Ach ne, ich wollte erstmal zu der Bracer-Gilde und mir meine Belohnung abholen und dann mal ein bisschen mit Equipment eindecken und dann zum Wasser Um die, äh, wer ist das gleich? Um die Kiste zu öffnen Guten Morgen, wie lief die Aufgabe auf der Farm? Äh, wir haben ein paar Schlaglöcher getroffen, aber, äh, lass mich dir lieber einen kurzen Bericht geben Joshua erzählt Alvina eine kurze Sammpassung der letzten Nacht So, zwei Jobs, ähm, Payment für die Perzelfarmmonster, 1000 Mira und, hä? Okay, Gain BP 1 plus 2 Ich hatte gerade eben 5, also, wohl mir jetzt 3 aufgerechnet, aber, was bedeutet das plus 2? Hab ich das so gut gemacht, dass ich dafür einen Bonus kriege? Ah, ich verstehe, also ihr habt die Monster freigelassen, weil euch die, äh, Perzelfamilie darum gebeten hat Ich denke, das war, ähm, ich denke, das war voreilig von ihm, aber ich werde das nicht weiter verfolgen Es ist wirklich okay, die Dinge so zu belassen? Die Aufgabe des Bracers ist es, Zivilisten zu beschützen und Gerechtigkeit weiten zu lassen Es gibt viele Wege, diejenigen um uns herum zu beschützen Und es gibt genauso viele Wege für Gerechtigkeit Als Embracer ist es eure Aufgabe, diese Dinge voneinander zu unterscheiden In der Tat, unsere Arbeit, äh, hat sehr profunde Implikationen Gott, ich bin müde Wenn du so darüber denkst Das liegt darin, dass wir keine Organisationen sind, die sich strikt um Monsterprobleme kümmert Wir greifen ebenfalls ein, wenn es, wenn es Auseinandersetzungen zwischen Nationen gibt Um ein hochrangiger Bracer zu werden, muss man mehr als nur Kampfstärke aufweisen Ein starker Geist und flexible Problemlösungstechniken sind ebenfalls vonnöten Ein starker Geist und Techniken, Probleme zu lösen Ernsthaft Die Straße zum Erfolg klingt ein wenig steiniger, als ich eigentlich dachte Nun, deine einzige Wahl bleibt, dich dem wirklich hinzugeben und jeden Tag hart zu arbeiten Und nachdem ihr beide hier seid, warum gebe ich euch nicht die Details für den nächsten Auftrag Das sind die Worte, die ich hören wollte Ich bin bereit für alles, was kommt Also, was hast du für uns diesmal? Wieder Monster, die ein wenig verhauen werden müssen? Diesmal nicht Die nächste Aufgabe ist der Transport von Waren Und gebt euch das Euer Klient ist niemand anderes als Bürgermeister Klaus Wirklich? Eine Frage, äh, eine Auftrag vom Bürgermeister? Denkst du, es ist wirklich in Ordnung, so einen wichtigen Auftrag uns zu überlassen? Hm, davon, was ich gehört habe, ist es eigentlich ein recht einfacher Job Egal wie, redet mit dem Bürgermeister direkt über eure, äh, über eure Aufgaben Hältst du jetzt auch eine andere? Hältst du jetzt auch eine andere? Hältst du eine Frage? Hältst du eine andere? Ähm Er ist auch ein tolles Mann Es gibt hier Memo, Achievements, Magie Memo, das ist mit dem Spell. Ah, okay. Das ist dann hier oben und dann kann ich hier durchsuchen. Alles klar. Gut, aber jetzt habe ich erstmal ein bisschen Geld, das ich direkt in neue Ausrüstung stecken kann. Was hast du kaufen? Was hast du verkauft? So, Yosherol kriegt mal seine Kunai. So, Silver Earring. Prevents Poison, Blind and Sleep. Poison. Da. Äh, Equip. Estelle kriegt eine andere Weste. Und. Oh, drei Punkte Schaden bei Kunai. Tja. Ne, Dirk wird jetzt mal verkauft. Die Beste auch. Und hier. Oh, Factory. Ähm, Schlott. Ach, ich habe immer noch zu wenig Grüne, das ist blöd. Das Gespräch hatte ich schon. Oh, was? Ähm. Oh, stimmt. Ich habe ja nicht nur den, äh, ich habe hier mehrere Jobs angenommen, so ein Blödsinn. Ähm. Denkt ihr, dass ihr vielleicht ein Ordnungslicht auf der Straße nach Milch Main Road austauschen könnt? Überlasst uns, äh, überlasst das nur uns. Wenn du uns das, äh, zutraust, dann nehmen wir an. Danke. Das, äh, äh, danke. Einfach danke. Ich habe komplett vergessen, dass die heute getauscht werden muss. Zuerst muss ich euch das Ersatz hergeben. Das ist der Ersatzordnend? Das ist richtig. Äh, ich möchte, dass ihr das Licht in der Straßenlampe Nummer 6 auf der Milch Main Road nach Westen austauschen könnt. Es ist die sechste Straßenlampe, an der ihr vorbeikommt. Äh, angefangen zu zählen vom Rollins West-Eingang. Äh, stellt sicher, dass ihr wirklich die richtige trefft. Ich denke, das geht mir hin. Die sechste Straßenlampe aus Rollins West-Portal. Richtig? Wenn ihr die Straßenlampe gefunden habt, müsst ihr die Wartungsklappe öffnen. Ihr findet, ihr braucht eine sechszahlige, eine sechsstelle Kombination, um sie zu öffnen. Ernsthaft? Ja. Die Kombination für die Lampe ist 5, 4, 4, 8, 1, 8. Wo ist mein Stift? Da. So, 5, 4, 4, 8, 1, 8. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Äh, sorry, könntest du das nochmal wiederholen? Es ist 5, 4, 4, 8, 1, 8. Das stimmt. Gutes Gedächtnis, Joshua. Rrrr. Nachdem die Kombination eingegeben wurde, wird sich das Paneel öffnen. Und danach müsst ihr nur noch den Aortment austauschen. Es klingt rein einfache Aufgabe. Aber stellt sicher, dass ihr es nicht versaut. Die Straßenlampe war jetzt schon eine Weile lang außer Betrieb. Ja, ich verstehe. Das Licht der Aortments hält die Starkmann zu fern richtig. Äh, es ist nicht viel mehr als nur, ähm, als nur ein Hindernis für sie. Aber, wenn sie alle ausgehen, haben wir wirklich Probleme. Deswegen frage ich euch, ob ihr euch dessen annehmen könnt. Diese Straßenlampen sind auch etwas abseits platziert, an Orten, wo Monster eher auftauchen können. Okay, überlasse die Monster nur mir und ich kümmere mich drum. Aber ich sollte hier die Kombination aufschreiben, bevor ich sie vergesse. Ja, dann solltest du vielleicht lieber mich und die Kombination kümmern lassen. Ja, wie ihr die Arbeit aufteilt, ist eure Sache. Aber das ist alles, was ihr wissen müsst. Wenn ihr nochmal sicher gehen wollt, kommt zu mir. Also, die Straßen nach Milch Main Road. So, Files, Save. Was sind denn die Ortenplampen? Die sind etwas off-placed. Ohm, Monster Fernseher. So, ich will Schaden macht mir jetzt. Ja, ist schon mal ein bisschen anders. Schließ. Puff. Monster sind aufgetaucht. So, weg mit dir. Gut, dann vertrimme ich dich. Der überlebt echt jetzt. Der überlebt. 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 Ich dachte wirklich so, Joshua ist der, der sich die Kombination hat merken können. und wenn es heißt versaut den Job nicht gehe ich mal davon aus dass man diese Dinger versauen kann ich befürchte dass Estelle sich die Kombination nicht merken konnte und auch nicht mal wirklich dass das Straßenlampe 6 ist wenn ich mich gerade richtig erinnere ich glaube Estelle wäre nicht die richtige für die Aufgabe die Lampe zu fixen aber Estelle macht halt mehr Nahkampfschaden als Joshua oh und damit habe ich jetzt auch den Erfahrungsmaschinen glaube ich ausgeglichen habt ihr bei uns jetzt endlich genug wie läuft es bei dir Joshua ich gebe gerade die Kombination ein also es war 5,4,4,8,1,8 richtig ja siehste und wahrscheinlich sie hätte es vergeigt okay mir geht es gut hier konzentriere dich auf die Arbeit okay sie ist offen jetzt müssen wir nur den Orpant austauschen oh baby ich habe einen Run komm schon komm schon komm schon ihr Monster sorry dass sie dich ich habe warten lassen unsere Arbeit hier ist erledigt erledigt also hast du die Arbeit bereits ausgetauscht ja ich denke nicht dass wir uns so weiter und mann versorgen müssen schieß Brudi du klingst schon wie so ein Assi mach mal nicht so Auge ja du bist wirklich was besonderes hier geht es zur Perzelfarbe ach stimmt ich brauche ja noch grüne Ops oh komm schon kannst du mal bitte nicht reinscheißen Leute was ist los mit euch ich habe gerade richtig die die Orps da rausgeprügelt die Zappes wir schmeißen mir jetzt mal eine Pott rein ansonsten überlebe ich die Kiste nicht ich befürchte dass ich die Kiste nicht überlebe aber den Kampf muss ich jetzt machen weil das sah gerade wirklich aus als hätte ich dem Käfer übelste Sorte die grünen Zappes rausgeprügelt ich bin übrigens übelste Sorte schon wieder am Überziehen aber komm ich hoffe dass wir nachher noch mehr Mitstreiter bekommen weil zu zweit sind manche Kämpfe echt ein bisschen Arsch ich weiß nicht ich glaube zwei Felder nach vorne und der schubst mich drei Felder nach hinten also jetzt sehen wir ja gleich wie viele grüne Zappes wir haben 16 grüne Hava bekommen ja also dem habe ich gerade richtig die Zappes aus dem Arsch gezogen ach ja ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit meine Güte ich hoffe ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag bis dann und so so bis dann